Oh Scheiße. Ja? Nein, ich esse gerade noch. Ey nein, oder? Was? Es muss alles in drei Minuten blitzblank sein? Okay, ich räum schon den Tisch auf. Bye. So Leute, heute zeige ich euch, wie man die Wohnung richtig aufräumt. Fangen wir mit dem Frühstück an. Nachdem man gefrühstückt hat, freut man so die Wohnung auf. Als nächstes ist der kleine Schrank dann. So Leute, hier ist halt mein kleiner Schrank. Wie ihr seht, ist der wirklich unordentlich. Und ich werde den jetzt in Ordnung machen. So, guckt rein. Jetzt ist alles blitzblank drin. Da ruft mich hier jemand an. Wie? Ja, ich habe alles schon aufgeräumt. Ist schon, vorhin. Seit halbe Stunde oder so. Vor halbe Stunde, ja. Ob ich gesorgt habe? Na gut. Ein paar Sekunden später. So Leute, jetzt zeige ich euch mal richtig saugt. So Leute, so räumt man die Wohnung auf. Ich hoffe, ihr hört auf meine Ratschläge und macht das gleiche. Und bis zum nächsten Mal. Ich habe nur auf.